Gott wird einen Weg machen. Gemeinde, stehe auf. Hi, willkommen in diesem wunderbaren Monat. Gott macht einen Weg. Hey, join us this month. Sei dabei. In all our services. In unseren Gottesdiensten. Every Sunday. Immer am Sonntag. We are starting at 9.30am. Beginnen wir um 9.30am. Und jeden Freitag. Beginnen wir um 19.00 Uhr. Macht Notizen. Der Freitag diesen Monat ist voller prophetischer Handlungen. Denn wir sind immer noch in unserer Gebetsklinik. Und wir haben die Herrlichkeit Gottes genossen. In dieser Gebetsklinik. Am 13.00 in diesem Monat kommen wir zusammen für den Chosen Generation Gottesdienst. Um 14.00 Uhr. Es wird mächtig sein. Also komm und höre, was Gott tun wird. Wir denken außerhalb der Box. Und wir lassen eine Generation aufstehen, die beeinflusst. Unser Thema an diesem Sonntag wird träume groß. Und wir werden die Möglichkeit haben, Frage und Antwort zu stellen. Also wird das ein spezieller Gottesdienst. Halleluja. Halleluja. Unsere Jüngerschaftsklasse. Am 2. Am 2. Am 16. Am 16. Am 30. Am 30. In diesem Monat. Komm und sei dabei. Und lass uns lernen, wie wir Jünger Jesus Christus sein können. Am 19. In diesem Monat. Haben wir einen speziellen Gottesdienst in Solothurn. Also sei dabei. Das wird ein gesegneter Gottesdienst. Das wird unsere prophetische Wunderbegegnung. Um 19.00 Uhr. Also sei Teil davon. Wie Gott uns leiten wird. Zu beten. Zu prophezeien. Und anzubeten. Das wird ein wunderbarer Gottesdienst. Wir freuen uns, dich da zu sehen. Und dann lassen wir dich auch wissen, dass am letzten Sonntag in diesem Monat, am 27. haben wir unsere Foodparty. Ein spezieller Gottesdienst. Und dieses Mal. fällt das auch zusammen mit dem prophetischen Handlungsgottesdienst. Also bring deine Freunde, deine Familie. Und wir werden ein spezielles Gebet sprechen. für alles, wofür wir Gott vertraut haben, das mehr als ein Jahr jetzt schon ist. Wir vertrauen Gott, dass Gott einen Weg schaffen wird. zum Beispiel, wenn du Gott vertraust für einen Ehemann, dann schreibe auf, deine Prioritäten, wofür du Gott vertraust, was er für dich tun soll, in dem, wie dein Ehemann sein soll, oder deine Ehefrau sein soll. Oder wenn du Gott für ein Baby vertraust, dann geh und kauf irgendein Babykleidchen und bring das zum Altar. Und wir vertrauen Gott, dass dieser Schritt des Glaubens ein Wunder in dein Leben bringen wird. Oder vielleicht bist du selbst krank oder du kennst jemanden, der krank ist, bringe die zum Altar. Wenn sie für mehr als ein Jahr gebetet haben, vertrauen wir Gott. Er wird was tun an dem Tag. Sei kreativ, Kind Gottes. Wo immer du Gott vertraut hast für mehr als ein Jahr, stelle sicher, dass an diesem Sonntag dass du ein Symbol davon bringst. Und wir wissen, dass Gott uns beantwortet wird. Die Schule des Dienstes steht vor der Tür. Vom 1. bis 3. September Also verpasse nicht die öffnungszeremonie der Schule des Dienstes mit Mats Sorge und mir. An dem Freitag haben wir offene Türen, wo die Leute kommen können und einen Vorgeschmack kriegen von unserer Geistesgabeschule des Dienstes. Wir vertrauen Gott, dass viele Gaben aus dem herauskommen. Viele Geistesgaben. Also verpasse es nicht. Wenn du noch nicht registriert bist, ist es nicht zu spät. Registriere dich jetzt und entdecke deine Geistesgaben. Amen. Wir möchten, dass du weißt, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Shalom. Shalom. Shalom.